Hey, wie? Warum darfst du jetzt warten? Wenn du siehst, wenn du siehst, spiele ich. Boah! Ein Drache. Hallo? Und wie heißt du? Freddy. Bist du ein mutiger Junge? Natürlich. Hast du Angst vor dem Zahnarzt? Ich hab doch keine Angst. Vor gar nichts. Dann kommt der Arzt. Und dann bleibt dir die Spucke weg. Und dann kommt eine Sprechung. Hör auf! Hör auf! Flitter sind nämlich Jungs ohne Angst. Ich bin ja auch schon groß. Ein Drachen? Soll ich euch mein Geheimnis verraten? Weißt du? Im Märchen kann man alles sein, was man nur möchte. Ein Drache. Im Märchen kann man alles sein. Wünsch es dir zählt. Eins, zwei, drei. Ich bin Freddy Drachenzahn. Ich bin Freddy Drachenzahn. Ich bin Freddy Drachenzahn. Und mit einem ohne Angst ging es alle frei. Tschüss!